Berlin. Eine Stadt wie ein pulsierender Herzmuskel. Die Menschen kommen aus aller Welt nach Berlin. Manche, um zu träumen. Manche, um sich neu zu erfinden. Und manche, um zu fliegen. Na Gott, verdammte Kacke. Kannst du mal damit aufhören? Spann dich mal. Das ist ein schöner Platz und groß genug für uns beide, okay? Oh, excuse me, can you please tell me where Afried Rich Scheisse is? Afried Rich Scheisse? Na, es geht, Baby. Ist das die Ernst? Hey, du kannst den schönen Kleid doch nicht in eine Maschine stecken. Irgendwie erinnerst du mich an meinen ersten Freund. Der war auch so ein bisschen nördig. Na, Süße? Nein, nur Sex, please. Was dann? Ich kenne keine Sau hier in der Stadt. Sie schaffen da ein ganz neues Universum. Ist der aus der Flüchtlingsunterkunft? Jane, warum bringst du dich nur immer in so eine Situation? Das ist Berlin. Das ist das Leben. Genau jetzt. Ich kam nach Berlin, um zu sterben. Aber ich habe mich verliebt. Für diese Momente leben wir. Berlin ist eine Stadt, die sich mit Wiedergeburt gut auskennt. Ist das typisch für Berlin? Nichts ist typisch für Berlin. Süßt. Wir haben uns gelockt. Wir haben uns gebeten. Wir haben uns gebeten, weil sie sich mit der Flüchtlinge in den Nacht verbringen. Wir haben uns gebeten.